yo leute einen wunderschönen guten abend gute nach guten tag und herzlich willkommen wieder zurück bei der letzten folge ist der kühlschrank hier aufgesprungen und die bilder sind runter gefallen wo 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 habt ihr das atmen hören ich habe es genau atmen hören ich bin mal nach draußen ob es hier irgendwas gibt das ist einfach einfach nur ein lautes dröhnen aber sonst nichts also ich habe keine angst ich habe alle ich traue mich nicht weiter zu laufen schreit dein baby ne ich verriege mich wieder hier in der küche kann ich mich nicht bücken aber wir machen nochmal türen wenn die oben nicht da gehen die ganze zeit türen auf und zu alter schwirr ich habe echt keinen brauch weiter zu laufen alter meine hand ne ich habe auch keine ahnung was jetzt der sinn jedes spiels ist ich habe 610 punkte scheint mir so was genau jetzt der sinn des spiels hier ist ne keller traue ich mich schon keller traue ich mich schon gar nicht die lauf boah ich weiß nicht was ich machen soll in dem spiel ich bin total angespannt aber ich habe keine ahnung was hier was jetzt hier sinn der sache ist ich habe keine ahnung da kommt wieder ne scheiß musik weg ist weg ich muss aber nach oben schatz 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 Lass mich über ein Zimmerchen alleine. Liegt da ein Teller? Warte, mach mich, tschüss das. Kann sein, dass hier jemand ist. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich hab die Kamera. Ob hier ein Horror passiert? Die Frage, ne? Was sind das für Bilder? Ja, ich hab... Boah, ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung, um es weiter zu laufen. Die Tür ist zu. Die Tür war vorher nicht zu. Die war offen. Ich guck noch weiter mal eben. Ich hab keine Bock mehr rauszugehen, ganz ehrlich. Das Spiel ist krank. Ich hab keine Ahnung. Diese schönen Bilder. Das ist auf dem Dachboden. Das ist auf dem Dachboden. Ah, je mehr Punkte man macht, desto mehr kommt Horror, glaub ich. Ich hab's, glaub ich, raus. Da ist er. Diese Flecken ganz links. Da. Er ist weg. Ich glaub, hier nervt mich aber keiner. Ich glaub, das ist so mein privater Raum. Aber ist ganz interessant zu gucken. Das mach ich jetzt nur, weil ich Schiss habe. Ganz interessant zu gucken. So was wie Paranormal Activity, wo man die ganze Zeit auf irgendwas gucken muss. Bevor hier mir der Sack ausgerissen wird, oder was? Da. Nicht mit mir. Was hat er? Es könnte sein, dass er unten liegt. Und da steht was auf dem Tisch. Dann ist das Glas. Das ist das Glas. Der ist hier irgendwo. Und ihr merkt, ich hab keinen Bock rauszugehen, ganz ehrlich. Das ist krank. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Da! Geh nach oben! Ich habe es gesehen, das Vieh. Das ist jetzt echt krank. Ist das jetzt im Kinderzimmer oder was? Konnte im Kinderzimmer sein. Warte mal. Der Raum war vorher nicht so hell. Der Raum war vorher nicht so hell. Der Raum. Jetzt ist er wieder dunkel. Ah, der wird heller. Ich traue mich hier nicht raus. Ganz ehrlich, Leute. Ich mache hier wieder eine Aufmerpause. Ob ich es nochmal weiterspiele, das Spiel weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Oh, das ist total krank, ey. Man weiß nicht, was passiert. Und das ist immer der gleiche Horror. Weiß ich irgendwas... Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Oder bis gar nicht in diesem Spiel. Bis zu einem anderen Spiel vielleicht. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen auf jeden Fall. Dankeschön für's Zuschauen. Bis dann. Tschüss.